Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo ist dein Schlitten? Hier ist der Sprit ausgegangen. Fährt dein Schlitten dann mit dem Gold wieder? Ja, genau. Ich schlaf jetzt. Frohe Weihnachten, meine Kinder. Fröhliche Weihnachten. Morgen krieg ich alles, kapiert? Warum gibst du ihnen das Gold? Nicht Rupprecht und ich, wir sind immer schon Feinde gewesen. Der wird uns nicht dran hindern, den Schlitten flott zu machen. Lass dich runter, du gehst rein und holst alles Gold, das du finden kannst, ja? Mach ja kein Licht. Das weiß ich nicht. Ich etwa? Nein. Na, mach's schon. Hast du was? Könnten Sie mir bitte auf den anderen Balkon helfen, damit ich das Gold für den Weihnachtsmann suchen kann? Was quatscht du da? Frohe Weihnachten. Ich muss kacke. Nein, nein, auf keinen Fall jetzt. Du bist der dünnste Gehilfe, den es je gegeben hat. Hey, vergiss, was ich gesagt habe. Tut mir leid. Was hast du denn? Komm, beruhig dich. Darf ich doch mit auf den Schlitten? Sonst kann ich meinen Papa nicht auf seinem Stern sehen. Deswegen helfe ich dir doch. Mach niemals Licht an. Ach, ich war's nicht. Bist du wirklich der Weihnachtsmann? Habe ich der Weihnachtsmann? Ich will den Schlitten sehen. Ich zeig dir meinen Schlitten. Bereit, Rosa? Bereit. Der Weihnachtszauber kann beginnen. Ich will meinen Papa Telepathiesisch anrufen. Papa, du willst mir so und Mama auch. Rede mit mir. Was ist das? Hast du was gefunden? Hier sind Butterkirchen und Biskuitkirchen. Das brauchen wir alles nicht. Du musst das Gold finden.